So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine kleine Spezialfolge. Genaya ist da, Hannes ist da, hier ist dunkel. Man könnte denken, es ist gar keiner da, aber ich will jetzt was machen. Was ich schon mal gemacht habe, vor drei Jahren habe ich gezeigt, so levelt man effektiv. Der Landei EP-Trick vom Stefan Landei hat mittlerweile 10.000 Aufrufe da bekommen. Da habe ich das damals zusammengeschnitten. Heute möchte ich das mal hier direkt am Bildschirm aufnehmen. Was mache ich und warum mache ich das? Erstmal mache ich ein Glücksei an. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut funktioniert. Ich weiß nicht genau. Ich habe 16 Glückseier. Ich verbrauche das eine jetzt hier, indem ich mal hier draufgehe und gebe jetzt mal... Was muss ich eigentlich eingeben? Eigentlich muss ich schenkbar eingeben, weil da sind die anderen drin. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ich habe 170 Freunde jetzt, gerade, die Stufe 2 werden würden, die Superfreunde werden würden. Ich habe denen die ganze Zeit nichts geschickt. Ich habe allen anderen geschickt. Es haben sich mittlerweile 170 Leute angesammelt, die Stufe 2 werden würden. Die möchte ich jetzt aufmachen. Ich gehe hier also rein. Da habe ich die Wanne. Hier ist Tenjal93. Ist auch am Start. Guckt mal nicht auf die Orte, wo das Zeugs herkommt. Da freut euch lieber an die Namen. Eins, Sakrosand, haben wir am Start. Vorbelastet ist am Start. Die meisten sagen ja, Amikosi. Stufe 1 und 2 ist denen eh egal. Da ist Anamana. Stufe 3 und 4 bitte immer zum Seaday. Angel, Maya, Hut. Und weil das denen egal ist, habe ich die mir gesammelt. Anime-Fan. Asbiasgobi. Um die jetzt geschlossen aufzumachen. Warum mache ich das 23 oder 47? Ah, Vorbeck. Damit ich nicht nur 40 öffnen kann mit einem Glücksei. Damit ich 80 Leute öffnen kann mit einem Glücksei. Und damit 2,4 Millionen Erfahrungspunkte bekommen. Berglin auch dabei. Dr. Best. Also Bestzeit auch dabei. Black Trains auch dabei. Machen wir hier auf. Blumen Liese ist dabei. Dann haben wir Bobby Keks. Der wird geöffnet. Bochum 92. Bong Blastal aus Österreich. Bosk 666 wird geöffnet. Wenn ihr da jetzt dabei seid, schreibt es mal in die Kommentare. Prizel Queen ist dabei. Burndown. Der Steve ist auch dabei. C4. Igoro. Den habe ich hier in Meiningen sogar kennengelernt an einem Raid. Kellerjunge24 ist dabei. Karisima ist dabei. Chill Boris ist dabei. Manche Leute kennen dir vielleicht aus dem Fanschat in Telegram. Kose Lienchen ist dabei. Manche kennen dir aus Raid am Mittwoch. Bei den Einsendungen, die immer gemacht werden. Kriterion 19. Der Krieg Zeus. David & Kathy ist kein Geschenk da. Aber wir haben Delayvindl. Den können wir aufmachen. Dann haben wir der Diamant. Wir haben Dittmar Merle. Wir haben Dipper Pines 92. Ich glaube, damals habe ich es einfach aufgemacht. Und habe nur, als die Level-Ups reingeflogen sind, das dann gezeigt. Disco Pogo. Du Manni Dien. Ich glaube, einfach auch zum Schutz. Dass man nicht sieht, wo die Leute herkommen. Du Mann, oh Mann. Oder wo sie rumrennen. Aber den meisten ist das E-Wurst, wie der Nächste hier weiß. Er heißt Fantagiro. Auch dabei. Schlinking. FCB. Machen wir auf. Oder haben wir Furzfürst. Sehr schöner Name. F-V-N. Sagen wir mal Heigo. Finn. Hammer. Gelber Deadpool. Auch beim Go-Face damals kennengelernt. Das waren jetzt 40 Geschenke. 40, die ich geöffnet habe. Diese 40 müssen jetzt alle hier aber durchkommen. Normalerweise kriegt ihr ja 10.000 Erfahrungspunkte für den Superfreund. Mit Glücksei wären das dann also 20.000. Während dieser Season bekommen wir aber 15.000 für den Superfreund. Mit Glücksei 30.000. Das macht sich sehr bemerkbar. Und gerade diese Kombination, was der Stefan Landei damals gemacht hat, weshalb ich das eben auch, so levelt man effektiv, Landei-EP-Trick. Denn der hat gesagt, er macht das immer so, wenn er schnell EP machen will. Und man hat nur begrenzt Glückseier. Dass man sich die Leute eben sammelt. Und, dass man da nicht ein Ei zündet und 20 öffnet. Oder in dem Fall 40 öffnet. Damals waren es halt nur 20. Dass man das eben beim Übergang von dem einen Tag zum anderen macht. 15 Minuten vor Mitternacht. Und dann hat man immer noch 15 Minuten nach Mitternacht. Wo man, wenn man das Limit erreicht hat, nochmal die nächsten 40 aufmachen kann. Tut mir leid, wegen dem Husten. Arzttermin ist schon gemacht. Die Lunge muss nochmal kontrolliert werden. Da ist irgendwas. Das Covid hat damals reingehauen. Jetzt ist alles, naja. Vielleicht steckt mir auch noch die Hotchip-Challenge quer. Aber das kann nicht sein, denn das war ja schon davor so. Ja, immer wieder kommt die Frage auf halt. Wie levelt man effektiv? Wie macht man viel EP? Und die meisten, wie gesagt, immer Stufe 3 und Stufe 4. Am C-Day hätte ich auch gemacht. Aber bei dem Account habe ich bisher nur gefühlt ein Freund, der Stufe 3 geworden ist. 2, 3 vielleicht, die bis zum C-Day am Wochenende auch Stufe 3 werden würden. Und wenn ich den ganzen Leuten hier die Stufe 2 werden, ein Geschenk schicken würde, dann würden die das definitiv vor dem C-Day alles aufreißen. Die würden sich sagen, naja gut, das ist ja nur super Freund. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber wenn ich selber einfach 80 Leute habe, die mit einmal geöffnet werden, dann hau das schon rein. Für denjenigen dürfte das also jetzt kein Problem sein. Für mich ist es dann sehr hilfreich, wie ihr seht. Und bis zum C-Day, ich mache das jetzt gerade von Nacht auf Donnerstag, Freitag, dass ich Donnerstag, Freitag jeweils die 40 geöffnet habe bei Stufe 2 an. Und dann könnte ich das Samstag und Sonntag in dem Übergang der Nacht nochmal machen. Denn ich habe ja 170 Stück. Denn was will ich sonst machen? Selbst wenn ich vor dem C-Day 100 Geschenke verschicken würde, könnten ja von den 170 Leuten nur 100 Leute öffnen. Und ich hätte immer noch 70 übrig, wovon ich nur 40 öffnen kann. Dann kann ich keine Stufe 3er machen am C-Day, weil ich mich auf die Stufe 2er am C-Day konzentrieren muss. Dann kommst du gar nicht zum Spielen. Weil wie willst du spielen, wenn die ganze Zeit, so wie jetzt, diese Level-Ups reinfliegen, du kannst nichts andrücken, du kannst nichts drehen, dann würde das ja wieder das Level-Up blockieren. Dann würde vielleicht die Benachrichtigung gar nicht kommen, die Punkte werden gar nicht angezeigt, das bleibt dann aus. Und das ist alles umsonst gemacht. Deswegen mache ich das jetzt so, das Rest nehme ich mir jetzt raus. So, ihr seht, das dauert alles ein bisschen. Habt ihr jetzt auch die volle halbe Stunde eingeplant. Wen es interessiert, wer vielleicht auch selber mal gucken will, mit wem man so befreundet ist, oder wer sich selber da in der Liste sehen will. Falls wir vor 12 fertig sind und warten müssen, bis es 12 ist, kann ich noch kurz bei den Shinies was entwickeln und verschicken vor allem. Denn wie gesagt, der Seed rückt näher. Ich kann mich an dem Seed nicht mit den Zweiern aufhalten. Die machen mir alles kaputt. Die müssen vor dem Seed jetzt rausgebreddert werden. Und ich brauche auch Platz in der Box. Das heißt, ich muss eh noch ganz viele Pokémon wegschmeißen, nochmal irgendwas durchentwickeln, Shinies wegwerfen. Das ist ein Free-to-Play-Account. Ich sage es nochmal dazu. Da wird nichts investiert. Ich habe trotzdem jetzt 16 oder 17 Glücks-Eier gehabt. Die einfach auch durch die Level-Aufstiege gekommen sind. Und die muss man ja eh mal nutzen. Man macht keine Raid-Touren mehr. Man macht kein Raid-Mania mehr alles. Da kann ich die für solche Aktionen nutzen. Wenn ich mal wieder ein paar Zweier zusammen habe. Die ganze Season über ist das ja so, dass das so viele Punkte gibt. Kann man das doch machen. Ist das jetzt... Nee. Wieso ist jetzt wieder A da? Normalerweise ist das alles alphabetisch geordnet. Jetzt steht da plötzlich wieder A. Ich dachte, wir sind nach A schon wieder bei D angekommen oder so. Aber... Nee. Ich muss es dann wahrscheinlich auch so machen, wie es der Dragon halt immer gemacht hat. Der hat dann immer Freundschafts-Level... Äh... Zwei eingegeben. Und sortiert. Dass man sieht, wer kurz vor drei ist. Und so geordnet, wie das dann war, konnte man die auch gut machen. Jetzt ist der Beutel natürlich voll. Ja, acht Items drüber. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben noch fünf Minuten Zeit. Ich glaube, die sind jetzt erstmal alle durch. Wenn ich jetzt nochmal auf Schenkbar gehe... So. Habe ich immer noch 170 dastehen. Weil ich denen ja nichts geschickt habe. Das heißt, ich muss es gleich dann mit dem Tag Freundschafts-Level 1 machen. Den könnte ich mir ja schon mal hier oben rein speichern. Freund- schafts... Level... 1... 1... Steht nicht da. Freund... Hä? Hie ist es nicht Freundschafts-Level 1? Freund... Schaft... 1... Freundschafts-Level... 1... Muss ich jetzt den Dragoneid anrufen, oder was? Verstehe ich nicht. Geht auch nicht. Gena, erkennst du den Suchbegriff noch? Wie man sich das Freundschafts-Level anzeigen kann? Sodass man, wenn man die haben will, die Stufe 3 werden würden, einfach auf Stufe 2 eingibt und nach Freundschaft sortiert, macht, dass die, die nur noch einen in Aktion brauchen, für die 3 ganz oben stehen, bei Stufe 2. Den hat der Dragoneid, als der dabei war und wir sind am C-Day rumgelaufen, hat er mir das im Stream gesagt. Seitdem habe ich das in den letzten Streams zum C-Day immer wieder gezeigt und es hat auf jeden Fall gut funktioniert und jetzt geht es irgendwie nicht. Naja, um Zeit zu schinden, gehe ich jetzt mal hier auf die Schillerne. Mir geht nämlich gerade Arsch auf Glatteis, weil ich nicht weiß, wie ich das gleich mache. Hier ist ein Paras, das kann ich mal entwickeln, das ist ein Shiny. Freundes-Level, nicht Freundschafts-Level, sondern Freundes-Level. Kann sein, dass es Freundes-Level 2 war, aber in dem Falle müsste ich dann Freundes-Level 1 eingeben. So, Parasack, okay, ist da. Packe ich aber weg, brauche ich nicht. Tragosso entwickle ich mal noch kurz, packe ich auch weg. Es ist, auf dem Main-Account damals hat man halt wirklich jedes Shiny gesammelt, die Shinies auch nie entwickelt, außer man hat mehrere Shinies gehabt und hat dann, wenn man die Familie voll hatte, erst entwickelt und gemacht, aber du hattest den 100er Living Decks, du hattest den, du hattest einen Gender Decks, du hattest einen Lucky Decks, du hattest alles, einen Shiny Living Decks, aber das brauchst du jetzt alles ja nicht mehr, du brauchst jetzt einfach nur Platz. Du brauchst jetzt Platz für den Praktibalk Sea Day, damit du den überhaupt spielen kannst. Deswegen muss ich auch noch mal gucken, dass ich 50 Münzen kriege nach 0 Uhr, damit ich meine Pokémon-Box noch einmal erweitern kann. So, bitteschön. Jetzt sagt ihr, ja, schickt das doch nicht weg, das kann man doch aufheben, da kann man auch noch was mit machen, aber an sich kann man auch damit nichts machen. Weil ich kann es ja eh nicht tauschen. Wenn man nicht mehr spooft, sondern ganz chillig einfach nur neben sich her spielt, dann kann man eben auch mit niemandem tauschen, außer die Leute sitzen ja auf dem Sofa, so wie Hannes und Genaya das machen. Die Rosa Linde hebe ich mir, glaube ich, noch mal auf. Den Schlinking, den habt ihr in der Ray-Tour vielleicht gesehen. Barschwa muss ich noch entwickeln, dazu muss der erst als Buddy genommen werden. Ja, Baby-Shiny. Ja, lassen wir mal drin. Das brauche ich für eine Level-Up-Aufgabe, da wird noch ein Video dazu kommen, da kann ich das entwickeln und dann wegschicken. Ansonsten ist jetzt hier 23,59. Wir können jetzt vielleicht hier kurz noch mal was antippen. Gucken, ob wir hier noch mal was fangen können. Mann. Geh mal raus. haben noch eine Beere gefüttert. Da seht ihr nämlich schon, dass einige Aufgaben auch am Start sind. Und wenn ich jetzt hier draufgehe, auf Freundes Level 1 zeigt es mir, die mit Stufe 1, die am wenigsten haben, wenn ich es rumdrehe, die mit Stufe 1, die am meisten haben, also die alle jetzt hier sortiert, in der Reihenfolge, müssten genau nur noch eine Induktion brauchen, bis zum Aufstieg. jetzt muss ich warten, bis es 0 Uhr ist, das ist also gleich. Das Ei läuft dann also bis 0 Uhr 15 durch. Und dann kann ich noch mal 40 öffnen und hätte damit 2,4 Millionen Erfahrungspunkte gemacht, mit 80 Aufstiegen für Level 2. Und wenn ich das noch mal mache, habe ich noch mal 2,4. Und dann sind die erst mal alle durch und dann kann man gemütlich am C-Day sich immer um die Dreier kümmern. Versteht ihr? Das ist wieder mal total unfair, weil da müsste man ja wieder sagen, ja, nicht jeder macht YouTube-Videos und hat dann so viele Anfragen und kann dann so viele Freunde haben und ist so süß wie du, ne? Und dann sage ich, ja, die Hater sagen wieder, scheiße, auf damit, aber es hat halt alles Vor- und Nachteile, sag mal mal. Jetzt schmeißen wir das hier alles auf, dann kann ich halt heute nichts mehr öffnen. So, vorlesen hier. 1 Super DSC, Pall auf Monster, Chefe24, Grüße gehen raus, das bekannteste, David & Kathy immer noch, Dragonite, SDHB, der mir den Suchbegriff, äh, Freundeslevel überhaupt gegeben hat, Flammkuchen, Nico Dunkel mit seinem Schärfe-Experiment, Mensch, den brauchst du doch auch bei dir in der Sammlung, oder? Stimmt, eigentlich schon. Wieso steht er jetzt nochmal, gelber Deadpool? Hab er den nicht eben gehabt? Stehe ich nicht. Na, dann öffne ich den jetzt nochmal. Ich dachte nämlich gerade, dass der irgendwie, und jetzt ist da eine 2 dran, und das ist der GFFG, warum man sich auch immer so nennt. Da ist hier ein G-Angelo dabei. Oh, schön, mit einem Ignivor. Hier ist Gopo Gomanu. da ist der Grieki, auch Level 50, sehr schön. Dann haben wir den Gronkelstein, 78. Also manche Namen, wie auch Gronkelstein, denke ich, sind bekannt, aber auf der anderen Seite habe ich eigentlich absolut keine Ahnung, wer das ist, aber irgendwie kommt der einem bekannt vor, weil der irgendwie, ja, der war schon immer da, auch auf den alten Accounts. Hilde Gunst haben wir hier, GW Keiler haben wir hier da, da ist der Hai, der Hai mit seinem Ullini, da ist Hasenzüchter 2, der hat mich, glaube ich, letztens bei Campfire angeschrieben. Hey, ja, hat sogar einen Buddy, der Ramses heißt, mit 4 Sterne, wie geht denn das? Das ist ein, das ist ein Shando, guckst, das ist ein Shando, der hat so coole Füße, also nein, dann wäre er ja wahrscheinlich schwarz-weiß. Hier ist Hexe Loki, hier haben wir Hosenmops, hat auch einen Buddy, der Ramses heißt, das ist cool, shiny Dialga, Humpen, Hafer Expression, also der Experian, HV, Experian, IAN, R, Strichcode, mit seinem Aero-Kack-Sprühl, warum er das so nennt, hätte ich Patent dran anmelden müssen, drauf, Itz Backfisch, wer hat denn Aero-Kack-Sprühl erfunden? Die Schweizer, genau, so, Itze ist auch noch da, Itze kriegt ihr noch, Jens kriegst du noch, 100%, was hat er denn? Donarion, ist überhaupt so, weiß ich nicht, da haben wir hier Janni, NV, dann haben wir Jan von Smile, die freuen sich bestimmt alle, dass es endlich mal weitergeht, der Jörg, Grüße gehen raus an den Jörg, in Remscheid, Jogi, Fiu, Bremen, Grüße an Naturin, Johann nach Tara, Johannes, Johannes in Telegram in letzter Zeit auch sehr aktiv, Jörg, das ist wohl der Fake-Jörg aus Bielefeld, Julchen, Feechen, sieht man, hört man in letzter Zeit leider viel zu wenig, wir vermissen sie alle, Kaisi der Erste, Kala, mit einem Lame Omega, Kasperl Kopfine, Mensch waren das noch Zeiten, als man noch Fan-Raden konnte, und das günstig war, und es kein Limit gab, da wurde da auch oft was gemacht, Cardanero Max, Kizongohan, Kinghammer, Grüße gehen raus, dann haben wir KingLion SP, Kismet, Achso, München, Bayern, Hannes, der verfolgt dich, Kleingeist, 88, Daddies der Bockwurstking, waren das jetzt 40 Leute oder was? Die müssen jetzt auch erstmal alle ja aufplatzen, und eigentlich hätte man vorher gucken müssen auf die EP, und danach auf die EP, ob da auch wirklich 2,4 Millionen dazugekommen sind, aber rechnet es ja mal aus, wenn ihr halt 30.000 habt, und das mal 80, also eigentlich 3 mal 8, 8, 16, 24, noch ein paar Nullen dran, also wenn ich nicht ganz verkalkt bin, dann müssten das 2.400.000 sein, und das werde ich jetzt dann die Tage nochmal machen, weil wir, was ist denn hier, eigentlich habe ich es ja alle vorgelesen, eigentlich könnte ich das Video an der Stelle schon beenden, oder wir lassen die Level-Ups wirklich alle in Ruhe durchlaufen, falls ihr da ein Screenshot machen wollt, und wollt das ausdrucken, euch als Poster an die Wand hängen, mit Dartpfeilen drauf schießen, das, manche haben ja so coole Hobbys, ne? So, Gena, kannst du mir nochmal 5 Namen sagen, die jetzt aufgestiegen sind? Jörg, Chefe 24, Kasper, Kopfine, mal 3, Jörg, Chefe 24, Kasper, Kopfine, Kizongohan, als ob du den kennst, den Namen sagt, Kizongohan, Kizongohan, Tja, jetzt haben wir den Kronkelstein genannt, ne? Wo man genau weiß, dass man den kennt, aber der nicht da ist. Manu oder so? Ja, Hooproko Manu. Genau. Ah ja, jetzt bin ich. Joa. Waren es überwiegend Leute, wo du gesagt hast, kenne ich so vom Namen her? Oder waren da viele Fremde dabei? Ein paar Fremde, aber ein paar von denen, die ich schon mal den Namen gehört habe. Hosenmops. Joa. Ich finde, es war eine gute Mischung. Es waren etliche dabei, die ich noch nie gehört habe, aber viele dabei, die ich gehört habe. Und das finde ich eben gerade gut, damit man sieht, nicht die Leute, die man kennt, die werden bevorzugt und die sind schon Stufe 4 und neue Leute, die sind ganz da unten. Die sind alle da unten, weil ich lasse die ja da unten. Und jetzt hole ich die raus. Jetzt versuche ich die hochzudrücken. Hier Strichcode 30.000. Der hat auch mit 100 Accounts geändert. Da könnte ich ja eigentlich alle weghauen, bis auf den Strichcode, weil das ist ja, glaube ich, der Main. Und mit dem kann man nie was machen. Stell dir mal vor, der sagt, ich mache den Rate mit, lad mich ein. Wie willst du das machen? Kannst ja keinen Strichcode eingeben ins Namensfeld. Den findet man auch nie, wenn man den sucht. ein kleines L oder ein großes I. Aber das ist immer, ist das auch ein Fall. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Obwohl, man könnte ihm ja einen Spitznamen geben. Strichcode. Stricher. Und wenn man dann Stricher eingebt, müsste der Name auch erscheinen. Also, so könnte das im Endeffekt funktionieren. Jörg, ja, das ist halt ein Vorteil, wenn man da dicke ist, ne, und da jeder einen mit dem Stock in die Seite piekst und man dann sich nicht bewegt. Und dann, wenn man sich einmal bewegt, dann fallen gleich alle um. So ist das jetzt das Prinzip. Das habe ich vor drei Jahren, ne, vier Jahren, vor drei Jahren schon mal gemacht im Schlafzimmer. Da hat der Stefan Landau mir das gezeigt. Da konnte ich aber nur 20 öffnen vor 0 Uhr, 20 öffnen nach 0 Uhr. Es waren also nur 40 insgesamt. Und da gab es dann auch nur 20.000 pro Nase. Jetzt ist das Ganze halt noch mal effektiver, wenn du 80 hast und für jeden gleich 30 bekommst. Jetzt stellt euch mal vor, diese ganzen Leute wären Stufe 3 oder Stufe 4. Dann würden mich zwar alle löschen und umbringen, weil für zwei Tage vorm C-Day ich erstmal alle öffne. Obwohl die würden sagen, Ramses, warum? Und ich, das war aus Versehen. Ach so, naja gut. Bei dir lasse ich das durchgehen, bei allen anderen hätte ich jetzt gleich wieder Stress gemacht und ich sitze hier, reibe mir die Hände und sage, ha, 80 Leute an der Nase rumgeführt. Das wäre schlau, oder? Dann kommt das Video. Dann das Video machen und dann sage ich, da war Hannes und Genaya da, die haben wieder Bud Spencer-Gin aufgetischt, da wusste ich gar nicht mehr, was ich mache und so ist es dann entstanden. So, das Glückseye geht noch acht Minuten. Ich glaube, ich hebe sogar mal hier die Punkte ab von der Meisterballstudie, weil da sind auch jedes Mal 8000 drin, da habe ich sowieso aus Versehen schon öfters mal drauf gedrückt, da ist also einiges schon verloren gegangen und ja, ansonsten müsste das jetzt fertig sein. Das war es also von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Habt ihr das auch schon mal gemacht oder vor, das zu machen? Ich habe, wie gesagt, 170 Leute gehabt, jetzt sind 80 weg. Ich könnte das also die Tage noch mal machen oder noch mal probieren. Es würde sich lohnen, denn die Eier sind ja auch da. Gefühlt bei jedem C-Day mit einem C-Day-Ticket, was ihr einem immer schenkt, kriegt man ja wieder ein Glücks-Ei, was man in den nächsten C-Day mit reinnimmt, für Stufe 3 und 4. Das heißt, alle Glücks-Eier, die ich gerade habe, können nicht verbrauchen, 14 Stück noch, sodass ich am eigentlichen C-Day nur eins habe und mehr brauche ich nie wieder, weil man ja immer nur am C-Day dann levelt. Perfekt, das ist Free2Play, das ist Ramses, die Wurscht, das war es, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes, Eure Genaya und der Bart Spencer-Gin, Pfürz, genau, Pfürz, Pfürz hast du da innen.